Layers of fear ich begrüße euch zu einem neuen video auf meinem kanal einer neuen reihe wir wollen mal das neue early access spiel auf steam spielen neues horrorspiel layers of fear ich weiß gar nichts darüber ich habe das im vollen bekommen von einem guten freund und ich würde sagen wir steigen einfach direkt ein ich habe keine ahnung was uns erwartet ich wünsche euch viel spaß und los geht's oh god die torment die ich muss erzielen ich höre die schmerzen in mein head deeper und deeper und meine hands cut so many times on broken bottles each night drowning in a cold sweat aber da ist ein Weg ein Weg um zurück zu bringen was das Leben von mir erzielen hat das einzige preisste was ich will zurück oder das Gegenstück zurück so dann würde ich sagen los geht die action jetzt mal gruseliges bild nummer eins ein kind wird entführt von einem adler ok bisschen seltsam das auch oh kinderschuhe kinderschuhe sind immer was ganz feines in horrorspielen verwenden sie leer sind wenn man nicht weiß zu wem sie gehören noch irgendwas oh ein maulkorb ok also wir haben entweder ein ne wir haben ein kind und ein hund scheinbar oh und ratten haben wir auch sehr schön ein antist triumph schicht out gallery opening rose critics schicht out gallery opening rose critics schicht out blablabla ah 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 ja beautiful fiance also wir haben also eine frau auch noch eine verlobte ähm ja preisfrage wo sind alle Hund, Frau und Kind ging nach einer glücklichen Familie das ist nichts gut das mit dem glücklich nehme ich dann wohl gleich mal zurück das sieht nicht so glücklich aus frau durch vielleicht ist sie aber auch die die er verloren hat vielleicht ist die auch tot naja wer weiß schon da haben wir nichts da haben wir nichts da haben wir auch nichts oder ne da auch nicht da auch nicht da auch nicht Hudi oh ich ist aber auch sie diejenige die hier so schön singt ich hoffe doch mal nicht wow what witzband äh long ah da hat die schrift was ist das denn so für die schrift pop kill pop kill so pop kill unten haben es pop kill auch sehr oder was oder vielleicht auch ein katzenhalzband Maulkopf für eine katzenhalzband Die Schränke müssen wir nicht alle aufmachen, oder? Da ist so nichts drinne. Äh, guck mal doch einfach mal. Die ersten beiden waren schon mal nichts. Wir lassen's. Äh, Pornred... Green... was? Apples... Boos... okay. Ein Einkurszettel, der wahrscheinlich nur von Alkohol handelt. Ich kann das nicht richtig lesen. Also die Schrift... die Schrift ist richtig schrecklich. Wow. Hastens von Donner die Schranktür aufgehauen. Das war echt unpassend, mein Lieber. Echt unpassend. Ähm, hier ist nichts. Gott. Wollen wir die aufmachen? BAM BAM! Niemand. Licht. Gibt's Licht? Gibt's... Ah! Ein Horrorspiel mit elektrischen Lichtschaltern. Beautiful. Da sind da Kartoffeln drin. Ich glaub's sind Kartoffeln drin. Ah, so hat er hier ne Vorratskammer. Scheint auch ein richtiges, hier ein richtiges, ähm... ...ne richtige Menschen zu haben. Sieht richtig gut aus. Ja, aber das Wetter hier gefällt mir überhaupt nicht. Hm... Machen wir mal weiter. Ist denn er noch mal näher? Hier? Ist auch nichts. Okay... Oh! Oh! Okay, er hat definitiv ein kleines... ...maus mit seiner Rattenprobleme. Aber die Ratte scheint kukulig zu sein, hier nicht reinzulaufen. Ähm... Mal weiter, was hat man noch? Das Bad... Lichtschalter ist da. Ah! Hallo! Hallo! So irgendwie humpelig. Oh, jetzt merke ich's erst, wenn ich laufe. So einen kleinen Rechts... ...Rechtshänger. Hm... Vielleicht bin ich... Vielleicht bin ich betrunken. Mit ganzen Flaschen. Warum ist der Schrank auf? Nächster Hinweis... ...Frauenparfüm. Ich hab also eine Frau... ...also eine Fiancée. Achilles Prostatics. Oh! Jemand hat eine Below... ...Knie... ...Below Knee. Also eine unterhalb des Knies Prothese. Ich bin ich das auch? Ist der Punkt... Ja! Kann auch der Grund sein. Okay. Hier haben wir noch das Klo. Können wir das spülen? Ich will gerne spülen. Spülung gibt dich! Was ist das denn? Was ist das denn? Mich enttäuscht. Licht noch anmachen. Schön über das Licht an. Ich mach einfach über die Türen auf. Vielleicht hält das noch der Rest so ein bisschen. Na? Oh, ganz hübsch. Ja, super. So, was haben wir denn hier? I didn't touch the workshop. Just like you asked. Oh no, I can't imagine the mess that's inside. Also if you care. So, lunch? For that room maybe you should pay me attention to where you leave the keys. I brought them back to your office. Have a nice day. Okay. Habe ich vielleicht so eine Art Diener oder Hausmädchen, was hier vielleicht sauber gemacht hat? Ah, die Tür ist zu. Sieht nach dem Künstlerraum aus. Und die ganze Farbe, die wir haben. Ähm. Sag mir nicht, das ist ein... Das ist wirklich ein Keller. Ist doch... Okay. Okay. Keller. Kein Problem. Wir haben... Auch hier Licht. Ja, super. Ja, ideal. Hello? Oh. Oh, man kann sich mit... Ah, man kann sich so auch bewegen. Okay. Oh, ja. Bitte. Na, perfekt. Gut. Sag mir, trauen uns mal. Ich will nicht wissen, was uns hier wartet. Oh. Er macht ja schon mal ein bisschen Party, immer mit seinen Jungs. Nichts. Er ist in der Regel. Hm. Da kann man aber auch nichts machen. Gehen wir doch mal... Oh. Okay. Mein Lieber, du hast ein ernsthaftes Problem. Das sind alles irgendwelche Babypuppenfiguren. Der Kopf sieht so... Der... Der Körper sieht so aus, als würde er nicht zum Kopf passen. Beziehungsweise umgekehrt. Er hätte vielleicht nicht so ein Problem. Auf jeden Fall irgendein Faible dafür. Ist das vielleicht sogar sein Kind? Oh. Solltet ihr das mit Puppen bewerfen? Hm. Immer noch nichts. Hier auch nicht. Oh. Okay, eine Brille. Meine Seite ist ein bisschen zu hauen. Es scheint nicht unsere Brille zu sein. Vielleicht haben wir hier... Oh, vielleicht haben wir auch jemanden umgebracht. Kann das sein? Oh. Ne, bitte nicht. Wir haben noch ein Kind umgebracht. Und einen Mensch. Äh. Und einen Erwachsenen. Na. Wir gehen mal weiter vor. Vielleicht finden wir alles vor. Äh. Solltet ihr lieber zu? Also müssen wir mal hochgehen. Auch hier wieder. Was ist denn... Was sind denn das für kranker Bilder, Alter? Alter Schwede. Perfektes Kusel, Leute. Hallo. Oh. Wo kam das her? Oh Gott. Dieses Spiel. Ein bisschen Blues. Aber kein Blues. Und das. Ah, ein Hundebild. Äh, Noten. Können wir auch spielen? Ja. Ja, sicherlich. Genau. Gut. Das war nichts. Gehen wir weiter. Ja, der hatte gesagt, der Key ist im Office. Ist vielleicht hier das Büro? Haben wir hier Licht? Ah, wir haben wieder Licht. So, mein Lieber. Hier Zigarren. Gläser. Post. Fanpost. Ich glaube, ich lasse die Schubfächer einfach einfach zu. Da ist eh nichts drin. Aber es ist irgendwo. Ey. Ich lasse einfach zu. Lämpchen an. Ja, was besiegt natürlich immer das Böse. Machen einfach überall das Licht an. Damit uns gar nichts. Reichen kann. Alter. Was ist denn los bei ihm? Hm. Ein Mann. Ein Erwachsener mit einem Babygesicht. Ja. Nett. Oh. Haben Schüssel aufgewogen. Ja, cool. Was war denn hier? Mein liebter Freund. Lass mich dir eine einfache Frage stellen. Hast du komplett verloren. Du hast dein Geist. Ja. Gute Frage. Bei den Babyfiguren würde ich mich das gleiche fragen. Ich weiß, dass du durch ein bisschen schwerer Zeit gegangen bist. Reutner, ich mache wirklich. Ich mache wirklich. Das ist, warum ich erkläre, dass du diese Illustration in der ersten Platz machen kannst. Ich muss schiefen. Omae. Lichity. Lichity. Die Lichheit. W shalt. Ich wollte nicht mehr. Demented Nightmare. Fueil. Lichity. Da gebhrgst zu einem Mädchen. Sorry, there is no way in hell I am using this and I already regret agreeing to payment in advance. Please get your shit together, you old Paul Lyon-Prixton. Papyrus Publishing. Ah okay, so Publisher. Er hat scheinbar irgendwas gemalt, dass die nicht gefallen hat. Ist das vielleicht hier? Ah, gute Nachtgeschichte, Rotkäppchen. Sieht doch gut aus. Okay. Okay, ja. Ja, ich würde sagen, den kann man verstehen. Ein bisschen. Ja mein Lieber, du hast ein ernsthaftes Problem. Wir gucken einfach mal weiter, was hier noch so ist. Vielleicht können wir ihm ja helfen. Oh shit. Sagt mir jetzt nicht, dass... Wir hatten schon in der Küche Wein, das sieht hier aber verdächtig nach... Obwohl, es spiegelt sich auch wieder so. Es ist vermutlich auch nur Wein. Ah, es geht doch gar nicht auf. Hier sind aber auch keine Scherben. Got a red problem? Call us now and... Was? Faggot about it? Äh, keine Ahnung. Little Winnie & Partners. Also Kammerjäger. Ratten sind also auch ein Thema. Aber das... Das spiegelt so komisch. Ich glaube das ist kein Blut. Das ist einfach nicht nur ein... Oh gut, wir gucken mal weiter hier. Was wollen wir denn hier noch? Okay. Ein bisschen Partymusik. The new phase of music at night at the opera becomes a night to remember. I stepped right on my toes. And when she bumped to my nose. I fell and when I rolled. I fell ashamed. Dumbling here and there. Dumblingная naming. Dumbling wahrscheinlich. Dass ich hier in Deutschland herum bin topsagt habe. Dass ich mich 1ste… Los von denenABLch. Seidlich ist ein glade derledgeungssteiger. Und wenn sie bumped to my nose. Ich fall und verbaulich. Und wenn ich 3 partes. Ich fall und verbaulich. Ich habe also in der gesamte社unde gewählt. Dumbling. Dumbling all around. Dumbling all around. Dumbling in-affnam mehr. Like die backing Linewer. Dumbling all around. Wir sind der Maler und unsere Frau ist die Musikerin. Also die Künstlerin. Ganz so. Die Künstler. Die Künstler. Die Künstler. Die Künstler. Die Künstler. Das ist ohne Sinn. Gut. Wir haben hier noch Galactics Grand Opening in Flames. Die Department Store Kits. Ah! Viele besucher an Flammen. Vielleicht ist hier auch jemand gestorben von ihm. Vielleicht der Ring seiner Frau. Ah! Also langsam. Dann komme ich hinter das geheimnis. Er hat auf jeden Fall Probleme mit Spiegeln. Okay, prudige Bandage, nicht so geil. Alter Schwede, was ist denn los mit ihm? Also er trinkt auf jeden Fall zu viel. Das ist ja schon mal ganz klein. So würde ich sagen, haben wir das hier abgehakt und gehen einfach mal weiter. Und machen den Raum noch auf und schauen uns den Raum in der nächsten Folge an. Bis dann!